Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Wir brauchen mehr Outposts. Die Frage ist, wo geben wir es hin? Hier noch einer, wäre sicher nicht verkehrt. Das werden wir probieren, ob das geht. Oh, da ist eine Zombie heute. Oh, der hat so einen blöden Stock, der passt mir gar nicht. Der hat Nice-Hocker-Schläge. Ah, der mag ihn nicht so. Entschuldigung, den muss ich bei Gelegenheit mal austauschen. Was ist denn hier los? Wow! Da legt sich einer... Geh weg da! Geh weg von mir! Und Ruhe ist! Medizin! Äh, bringt mich ganz durcheinander, der Typ. Ich wollte in diese Halle da und einen Outpost errichten. Ach, geh doch! Oh! Der Typ ist noch nicht ganz durchtrainiert. Hält da fast nix aus. What, 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 was ist denn? Ich komm her! Oh, scheiße, mit wem legst du dich da wieder an? Ich komm her! Oh, fuck! Oh, scheiße! Ja, ja, ich komme, ich komme, aber... Mh, dicken da. Mach mal so! Ja, ich komm ja! Der Dicke hält zu viel aus, ey! Das dauert! Scheiße! Ja, Moment! Scheiße! Ja, ich bin... Oh, scheiße! Der ist tot! Den konnte ich nicht mehr helfen. Wir müssen hier weg. Leute, wir müssen hier weg. Ja, ja! Wow! Bisschen schlecht hier. Gerade nur ausgewichen. Au! Ah, scheiße! Fuck, er hat uns erwischt, ey! Dieser fette Sack, ich dachte, der rammt nur. So, jetzt bin ich aber sauer. Jetzt komm ich und trete ihm die Fresse ein für das. Ja, die Waffe war aber auch scheiße. Die kitzelt ja nur. Ich brauche eine Pumpgun und nicht so Müll, ey! Ja, geh rüber da. Boah, jetzt bin ich sauer. Den zerreißen wir. Wir haben jetzt zwei Leute mit dieser Scheiße verloren. Ähm, unser Negativ-Rekord überhaupt, ey! So, wir holen uns jetzt. Mollerdorf könnt ihr haben, genau! Nehme ich jetzt gleich mit. Oh, ne gescheite Waffe. Mh, was nehmen wir? Haben wir nicht eine Pumpgun oder sowas? Was ist das da? Nehmen wir die da! Und das sollte reichen. Nachladen gleich. Das ist eine automatische Waffe, ne? Ne laden nach! So, ein Schuss. No! Nehmen wir gleich mehr Munition mit. Und los geht's! Wir holen das jetzt dort ab. Ich muss die Rucksäcke wieder mitnehmen und so. Ja, das war scheiße. Wir haben zwei Leute verloren, aber was soll man machen? Das kommt vor, ne? Die Überreste werden wir jetzt zumindest, äh, holen. Wie komme ich denn da rüber? Kann man da rüberhüpfen wenigstens? Hier ist niemand da. Die sind alle geflüchtet. Ja, das ist scheiße. Da haben wir schön in die Fresse gekriegt. Gut, der will nicht. Sind denn die alle Handypenner? Ja, das ist scheiße. Gibt's hier was? Oh, ein bisschen was gibt's hier. Ich bin glücklich, dass sie das nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite gibt's vielleicht noch was. Schauen wir mal schnell nach hinten. Ja. Das könnte sich rentieren, Leute. Nichts, okay. Und hier? Auch nichts. Na, okay. Rentieren ist jetzt relativ gewesen. Aber okay. Wir haben's durchsucht und jetzt zu unserer Basis das abliefern. Danach den anderen Rucksack holen. Dass das nicht zumindest nicht verloren ist. Wie sieht's aus? Wie viele Leute haben wir und so? Ja, wir haben halt einen verloren, aber okay. Zwei haben wir sogar verloren. Aber lustigerweise haben wir immer noch zehn, also ist es okay. Okay. So. Dann werden wir hier ein bisschen was abgeben. Und los geht's. Nächsten Rucksack holen. Weil, das ist ja nicht. Der holt das hier ab und ich hol das andere ab. Und dann machen wir hoffentlich endlich unseren Außenposten hier. Beziehungsweise das liegt am Weg. Das können wir gleich machen. Ich höre einen Dicken. Super, wir haben einen neuen Außenposten. Nice. Ich höre einen Specki. Wow. Da ist er. Ja, schleicht euch. Mann, ihr Pissnelken. Kommt der Dicke wieder hier. Wow. Wow, was war das denn geiles? Das wollte ich gar nicht. Aber okay, wir müssen jetzt leider mal flüchten. Was heißt leider? Wir sollten jetzt ganz schnell flüchten. Fick dich. Ehrlich jetzt. Fick dich. Ist doch scheiße, wenn man nicht laufen kann. Ich werde jetzt nicht drauf gehen. Kurz vor der Basis. Ich muss hier weg. Fick dich. Pisser. Olaf. Olaf. Scheiße. Könnte mir jemand helfen? Leute. Mann, seid ihr unnütz. Ey, ich habe hier Kameradenschweine hochgezogen. Ey, die machen gar nichts. Die stehen einfach nur blöd da. Was für ein faules Pack. Ehrlich jetzt. Die sind gescheit faul. Äh, wir holen noch. Erladen wir mal nach hier. Na komm. Wie lange dauert es? Nachladen wird dir, Junge. Wow. Last Magazine. Wir brauchen Money. Für diese Waffe. Wir brauchen Medizin. Wir nehmen das und eins, zwei, drei. Das da noch. Sind die bescheuert? Die lassen sich dreschen vom Zorn? Ey, ist unglaublich. Wie dumm meine Leute sind, Leute. So dumm. Ehrlich jetzt. So dumm. So dumm. Also das finde ich schon schwach. Lässt sich da einfach hauen. Oh, wir haben 100 Schuss wieder drin. Nice. Jetzt bauen wir unsere Verteidigung noch weiter aus. Hier noch ein Außenposten. Und hier noch ein Außenposten. Und dann kommt keiner mehr zu unserer Basis zumindest. Das ist immer ein bisschen geschützt. Die Toilette hier können wir noch schnell durchsuchen. Äh, hier liegt schon wieder einer. Ja, das ist der von vorher. Okay, okay. Aber durchsuchen wir schnell die Toilette. Hier gibt es eh nichts, aber... Ich muss halt nachschauen, sonst gilt es nicht als abgeschlossen. Hier gibt es aber was. Hier gibt es noch was. Benzin. Und zwei Molotovs. Hat sich sehr rentiert, würde ich mal sagen. Sehr nicht, aber rentiert auf jeden Fall. Und hier schauen wir auch noch rein. Wow, da ist auch noch was. Ja, das geht. Äh, können wir... Ja, das verwenden wir. Dann haben wir nur Platz für einen Rucksack. Rucksack. Können wir denn? Okay, die holen das nicht ab, alles klar. Aber egal, einen Rucksack haben wir hier genug. Das ist jetzt nicht so schlimm. Tragen wir das zurück. Na, hier geht es wieder nicht durch. Oh. Da ist ein Specki. Das ist nicht der von vorher. Ich muss zu meiner Basis. Anzünden kann man den Specki ja nicht, glaube ich. Ich meine, die können schon, aber... Das wird jetzt nicht so viel bringen. Bring mal das mal zurück hier. Ja, es läuft, es läuft. Ich muss viel schleppen. Ich habe was abzugeben. Gut. Weiter geht's. Der Dicke, der hält ordentlich aus, ne? Das war kein Spaß mit dem. Hier ist ein Zombie. Noch einer, oder was? Ich müsste da raus, aber wenn der Dicke wieder kommt, ist es ganz blöd. Oh, es geht, es geht. Ich bin vorbeigekommen. Können wir da unauffällig vorbei? Wo ist ein Specki? Da ist er. Den schnappen wir uns dann noch. Oh, oh. Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Fitness haben wir dazugekriegt. Sehr gut. Müssen wir mal was gucken da. Wo steht das? Hier müsste das eigentlich sein. Kann man da nicht irgendwas einstellen? Das müsste doch... Da muss man erst irgendwelche Fähigkeiten bekommen, oder so. Keine Ahnung. Das weiß ich, ehrlich gesagt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. 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 Vielen Dank.